Wie lernen Sie lieber? Vor Ort, in unseren Kursen oder wann und wo Sie wollen online? Unser Kurs zur Literatur- und Wissensverwaltung Citavi lässt Ihnen hier freie Wahl. Das sind die Kursthemen. Citavi einordnen, Installation und Lizenz, Citavi erkunden, Literatur erfassen, recherchieren, beschaffen, Wissen gewinnen, Publikationen erstellen, im Projekt suchen. Egal wie Sie sich entscheiden, Online- und Präsenzkurs sind gleichwertig, Inhalte und Übungsaufgaben sind identisch. Im Online-Kurs können Sie Ihr neues Wissen zusätzlich mit unseren Tests selbstständig überprüfen. Und wenn Sie möchten, drücken Sie sich nach bestandenem Abschlusstest ein Zertifikat aus. Im Online-Kurs werden Ihnen die Inhalte anhand von Erklärvideos direkt vom Citavi-Hersteller vermittelt. Nutzen Sie dabei alle Vorteile von Videos. Anhalten, Wiederholen, Überspringen oder auch das Beschleunigen der Wiedergabe. Zusatzinformationen im Lernmodul ergänzen die Videos. Probieren Sie alles am eigenen Rechner in Ihrem Tempo aus, ohne dass jemand drängelt. Lernen Sie Citavi am Point of Need, wenn Sie Literatur verwalten wollen. Für ein Referat, eine Haus- oder Abschlussarbeit. Und wenn einmal Fragen offen bleiben, nutzen Sie die vielfältigen Unterstützungsangebote. Auch hier helfen wir und Citavi Ihnen on- und offline, zum Beispiel in unserer Citavi-Sprechstunde. Das Beste kommt zum Schluss. Der Online-Kurs kostet nichts und Sie können sofort loslegen. Alle Starter-Infos und Links finden Sie unter dem Video.